So Leute, was ist Regel Nummer 1 in League of Legends, Kai? Was aufgeben. Die Mentalität. Die Frage der Mentalität. Das ist es doch. Nicht direkt die Nerven verlieren und aufgeben wollen. Dieses Mindset, okay, go next. Das ist falsch. Ich hab schon League of Legends gespielt, da warst du in einer Grundschule wahrscheinlich. Ich hab Runden erlebt, die waren eigentlich gar nicht zu gewinnen und doch tat ich es. Ich gewann. Und genau so eine Runde folgt jetzt, Arminer. Viel Spaß. Was ist der größte Knowledge-Champ? Saved Rundermeer. Alles andere sind nur mechanische Affen. Und, ähm, ja, das ist sein Champion. Okay. Nasus Jungle, die haben mich verarscht. Das erste Mal Gragas, Leute. Holt das Schild raus. Ja, sie stellen so kleine Bob-Sterne her. Ja, sie stellen so kleine Bob-Sterne her. Das erste Mal Gragas, äh, ja. Oh, wieder ein First-Timer. Hi. Shit, shit, shit. This is incredible. Ich kann nicht einschlafen bei dem Krach. Ja, frag mich mal. Digga, die Kluft ist nicht zum Einschlafen da. Die Kluft ist dafür da, dass man diese minus 88 LP vorm Feierabend noch ein bisschen nach oben biegt. Was ist denn hier los, Alter? Es geht wieder los, Freunde. Digga, was erwartet ihr dort? Was? Stopp! Geht da raus! Ei, 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 ei! Nein! Oh, ist das scheiße! Ich wollte einmal, äh, veranschaulichen, wie ein Top-Laner sich innerlich fühlt, während er den anderen dabei zuguckt, League of Legends zu spielen. Oben vor der Insel. So, wie spielt man das? Hallo, Fettie. Sorry, ich wollte nicht disrespected sein, aber du kriegst eine Schelle. Wann ist denn mein Grasp ab? Jetzt steht da eine Eins, eine Zwo. Zack. Oh! Moin. Hm. Kann es sein, dass ich den Level 1 total wegkrache? Ich bin euer Schlimmster. Ich habe mich gebodyblockt. Habt ihr es gesehen? Welcher Jungle an Nasus. Es rennt er einfach weg. Ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe ganz gut. Er rennt dann weg, nachdem er seine Kombo macht. Und ich komme nicht ran, weil ich gesloutet bin von der Q. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Ich verstehe. Ja, jetzt ist sie aber raus. Und dann kann man auch mal reintraden gegen den Counter-Pick. Zack. Hä? Wo ist mein Demolisher? Wo ist mein Dem... Ach! Der ist ja tanky und so, ne? Ey, Kaga ist das doch voll angenehm zu bespielen. Ey, der Tower ist am Anfang tanky, ne? Deswegen ging der Demolished-Proc nicht so richtig... Geht er back? Dann wird reingepusht. Da ist er auch. Okay, TP ist raus. Ich glaube... Ja, mal gucken. Ja, mal gucken. Man unterschätzt immer nicht. Oh. Ich habe ein Problem. Muss ich. Ja? Hast du Bock? Aha. Okay. Okay. Der ist relativ low. Mein Jungler ist halt Botzeit gerade. Mein Jungler ist Rel. Map-Overlay. Hammer. So, jetzt muss ich Respekten. Und lasse ihn nämlich reinpushen. Ich fahre ein bisschen Rage. Ja, okay. 2-2. Das Match ist gediegen. Cannon führt. Oh, sehr wichtig. Und gut. Nicht gut. Okay, ja. Strampel dich aus. Okay, jetzt kann ich, glaube ich. Gut. Gut, gut, gut. Guter Trade. Ist gut, ist gut. Slow and steady. Win the race. W raus. Q raus. Jetzt kann ich. Ah, er dreht sich gerade um. Ich hasse das immer. Wenn ich W mache, ich glaube, ich muss mehr warten. Weil die drehen sich meist immer nochmal um. Um irgendwie, weil sie traden wollen oder so. Na, den will ich ihm ein bisschen versauen, tatsächlich. Guck mal, er hat den Cannon nicht bekommen dadurch. Das war gut. Okay. Ey, at least ich farm gut. Äh, ich bin farm vorne. War Lillip hier? Lillip! Ab ins Bett. Langsam. So. Zack. Äh. Er hat kein Mana mehr. Ist okay. Ich find gra- Äh. Hm, 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 hm. Hm. Wir müssen ein bisschen... Ich will halt immer Auto attacken. Dadurch hab ich halt immer Push. Das ist ein bisschen doof. Aber für Rage, damit ich mich maximal heile. Hm. Hm. Unnötig. Nasus langsam mal. Wo ist der gerade? Sehen wir ihn irgendwo? Müsste eigentlich mal back. Ich push mal einmal hart rein und geh back. Was denkt er sich glaube ich auch gerade. Pff. Nee, doch nicht. Okay. So. Juti. Tiamat ist hier geil. I guess. So. Juti. Wir haben gut gefarmt. Guck mal. Mows farm in-game. Das ohne TP. Läuft. 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 Muss das mal bei euch leiser und bei mir lauter machen. So. Sehr gut. So. Jetzt würde ich sogar sagen, wir pushen gottlos rein. Und proxy farmen die Scheiße, sobald wir irgendwie mal... Also, weil Nasus... Ah, sein W ist schon... Ich mach immer W, wenn er sich umdreht. Immer. 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 Ich schwör's. Ach, jetzt ist er genau dann hier. Doch. Oh. Shit. Okay. Er hat auch geflasht, right? Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube, es war okay. Hab's Beste draus gemacht. Ah ja, wenn Nasus da ist, wird schwierig. Ich glaube, das... Ja, es ist immer wieder ein Verdruss, dass die gegnerischen Jungler da sind, aber meine nicht. Das war jetzt auch wirklich jedes Game heute, right? Ich mein, to be fair, hier hab ich jetzt sehr viel reingepusht, aber man kann ja auch mal diven. Vielleicht sollte ich auch... Ich bin ja jemand, der nie meine Teammates irgendwie forcen will. Vielleicht sollte ich das mal probieren. Aber dann muss ich auch darum spielen. Ergo... Also, zum Beispiel nicht ehrenlos reinpushen. Right? Ich bin euer schlimmster Alptauer. Shit. Ja, ich glaube, Hardcore reinpushen, Demolish Procken, reinhauen, aber... Okay. Kind of okay. Er hat jetzt sehr viel Damage, um die Wave zu one-shotten. Deswegen kann ich das nicht machen. Und doch Proxy? Nasus-Jungle ist auch ja so ein Konstrukt, oder? Ist das nicht übel bad? Generell, wie läuft denn das Game? Recht ausgeglichen. Bläu, wie schnell ist er? Habt ihr das gesehen? Das muss irgendein Item sein. Hä? Oder war das irgendeine Rune? Das ist ja crazy. Man, ich schwöre euch, jedes Mal, wenn ich weh drücke, turnt er. Aber jedes verdammte Mal, es ist ein Fluch. Okay, aber Slow and Steady gebe ich ihm. Nasus-Un. Ich, äh, Proxy dann. Einfach kein W drücken. Ja, es behebt das Problem. Ist er runter TP'd? Ja. Sie haben vier Kills geholt, aber ich hole ein Triple TP. Was? Hä? Hä? Was für Triple TP? Hä? Hä? Was für ein Triple TP? Hä? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Tower. First Blood Tower, right? Ah, wird knapp. Also. Ne, schaffen wir es. Erkennen Minion Wave. Geil. So, dann eine Wave pushen. Digga, was mach ich denn gerade? Okay. So. Läuft doch. Ist es ein frühes Wits End? Ne, ne? Oh, ui. Ah, Boots. Boots. Das wäre schon wichtig, um auch seine Spells ein bisschen zu dodgen und so. Okay. Ja, also. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Gragas so ein krasser Counterpick ist, aber vielleicht spielt er das auch richtig scheiße. Weiß ich nicht. Hat Hanno schon auf das Berghain-Video reagiert? Welches Berghain-Video? Digga, was geht denn hier? Die stirbt jetzt. Was macht die denn da hinterm Tower? Hier kommt ein Gragas. Oh Gott. Warum kriege ich jetzt dafür einen rein? Von Simplicissimus. Okay. So, ich fange jetzt an, Jungle zu nehmen. Na, also es ist Mitte. Er hat noch kein Item, ne? Ich bin crazy ahead. Ich bin crazy ahead. Muss ich falten. Schade. Ignite. Schade! Aber war Mega-Wolf. Genauso wollen wir spielen. Wir wollen Gegner auf uns ziehen, wenn wir Split pushen. Side-Lane pushen. Und dann entweder eins für eins traden oder abhauen. Das war gut. Ich glaube, der Flash war ein bisschen too much, weil ich hatte eh Ignite drauf und Q nicht ab. Ich habe die ganze Zeit auf Q geschielt. Ja, langsam wieder warm. Ich muss halt an den Punkt kommen. Das glaube ich gut. Ich muss an den Punkt kommen, wo ich mechanically, wo alles automatisch abläuft. Damit der Kopf frei ist für anderes. Später Ulten. Stevie. Komm mir bitte jetzt nicht so. Ja. Aber er hätte mich da tatsächlich auch nicht gerettet. Mein Q war 5 Sekunden auf Cooldown. Ich glaube, das war schon gut so. Also. Besser als andersrum. You know. Wir haben da so unsere Probleme. Ja. In der Vergangenheit. So. Wir splitten crazy. Gegnerteam leider ahead. Gegnerischer Midlaner. Hehe. Der ist gut dabei, ja. Aber der Gragas. Der leidet. Ja. Deep Warden. Z Mitte. Nasus Mitte. Cool. Äh. Gragas nicht da. Gragas runter tipeet. Geil. Sterben wieder alle. Aber. Äh. Ich hole den Tower. Mega gut für uns. Das Geld geht ja auch schön in mich. Das heißt, immer weniger können mich jetzt, äh, facen. Zwei immer noch Bots. Hier ist ein Nasus, den ich vielleicht runterrennen kann. Oh ne, okay. Ah ne, ist ja mein Team. Ich hab's gerade verwechselt. In die Schlacht. Ist ein bisschen greedy. Aber ich hab Bock. Wenn ich das, wenn ich damit durchkomme, ist halt mega gut. Ja. Äh, kann ich den runterrennen? Okay, dann defen wir einfach die Wave. Lass ein Wolf stehen. Ne, ist nicht mehr so ein Wolf. Aber früher war das eine Thread. Oh. Okay. Ich hab sehr viel dafür kassiert. Ah, der will mich doch diven, oder? Will der mich nicht diven? Ist das nicht verlockend? Ist das nicht verlockend, mich zu diven? Er hat halt Blue Buff. Das ist sehr eklig. Ja. Boah. Ah, das ist ein Nasus, ne? Ja, und der hat Rüstung, right? Ja, ja, ja. Ah, er greeted. Hardcore. Fängt sich ein paar Turret Shots. Ist widerlich, dass ich ihn nicht... Der hält mich halt clean. Ist sehr eklig, dass ich ihn irgendwie nicht traden kann. Aber jetzt ist der W raus. Wenn der W raus ist und ich Rage hab, geht dann was? Jetzt werden sie schlitterpestacken! Ich soll er gereinigt! W too strong. Der W ist wirklich bodenlos. Der W ist und bleibt bodenlos von Nasus. Und Ghost gezündet, I mean. Ghost, Ult. It is what it is. Okay. Ich glaube, ich kaufe da echt lieber Crit als das. Ja. Gut. Gragas war bot. Ja, ja. Okay, jetzt hier Z. Ich hab Ult ab. Aber, ja. Eigentlich wollen wir ihn nicht facen. Und eigentlich muss ich bot gehen. Eigentlich muss ich bot gehen. Okay, ich versuch mal nach bot zu... Eine Transition zu machen. Eigentlich muss ich ja back und dann bot. Aber ich guck mal. Ist hier Z drin? Okay, einer muss bitte top gehen. Was geht denn hier? Okay. Rel is nice, aber er hat trotzdem Tower bekommen. Ne, Tower war ja fast down. Geil, ich hol noch einen Tower. Ist gut. Und wie die haben Mitte gewonnen. Kaga ist irgendwie... Er wird zum Berserk, ja. 404. Okay. Er wird einen Turm zerstören. Crazy. Woher hat er die... Bin ich gestorben gegen ihn? Weiß gar nicht. War da was? Ich weiß gar nicht mehr. Wie war Laning Phase? War doch... Ich hab ihn doch übel dominiert, oder? Die Fäte... Die machen das wieder nicht. Da ist er. Tues raus. Oh, bitte, Leute. Tötet ihn. Sehr gut. W. Alter, bitte. Tschiii! Ja. Da spar ich mir die Ult. War aber worth. Zwei Tower und ein Kill für einen Kill. So. Next up. Lord Dominix. Right? Hilft ja nichts. Muss ja nach vorne gehen. Warte mal. Nee, hab ich zu wenig. Der W hält ewig. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Hast du Flash? Boah, aber der kriegt Schaden. Nein, gebt nicht auf. Ich bin gefiedelt. Ich bin crazy. Er hat... Keiner kann mich, glaube ich, facen. Vielleicht Zed. Je nachdem, wie ich das spiele. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Oh, ja, 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 ja. CC, die dumme Sau. Habe ich, habe ich, habe ich. Ja! Nasus? Äh, Nasus. Oh, da geht halt keiner hin, ne? Der hat... Hat der Ult ab? Nee, ne? Hat er eben im Teamfight. Ich hab Ghost gleich. Okay, er will. Hau ihn! Bitte! Oh, bricht doch bitte den Auto-Attack nicht ab. Schön. Wenn wir den auch noch kriegen, ist es wohl... Nice. Und Drache. Hehe. Mein Team hat währenddessen Drache gemacht. Das ist ja crazy. Die haben Botlane gechased und dann zum Drachen, während unser Midlane Tower fällt. Okay. Na gut, aber eigentlich war es gut. Weil wir haben 2-1 getraded und Drachen bekommen und davor haben wir die weggechased. Also... Die W von Nasus ist echt so ein Hard-Counter gegen Tryndamere irgendwie. Fühlt sich ganz schlimm an. Gagas ist gar kein Problem. Finde ich. Ich weiß nicht, haben die den irgendwie angepasst? Oh. Was ist das denn? Wer ist das? Ach, das ist Rakan. Kann ich ausstellen, dass ich alles schwarz-weiß sehe? Ja, oder? Okay, ich muss jetzt crazy side lane. Äh, ich mach top. Ne, eigentlich Bot, weil es weiter weg ist vom Baron. Die machen jetzt eh Baron. Ja, aber Rel ist doch eh da. Kann sie... Kann sie... Ist denn nur zu dritt? Das sind doch... Ah, ne. Hm, actually, können die das stehlen. Oh, ich hoffe, die Gegner respawnen und rennen alle zum Baron. Oh, das ist richtig schön für Cannon, aber jetzt... Es reicht nicht ganz. Es reicht nicht ganz. Ja, die gehen wahrscheinlich jetzt gerade Bot beantworten, oder? Okay. Es ist halt keiner da. Also, Aphelios, aber... Ich war Dauer-CC. Ich war Dauer-CC. Das war crazy. Ich war richtig schucke. Ja, never fight. Never fight. Ja, das ist unglücklich. Ja, der Teamfight war es jetzt leider, glaube ich. Darauf können die jetzt krass aufbauen, weil die kriegen jetzt Inip. Haben Baron. Cannon hat keine... Doch, Cannon hat Ult ab. Cannon ist auch ganz gut dabei, aber... Nee, müssen die abgeben. Kriegen eine Inip. Nee, gerade läuft nicht so. Also, bei mir läuft es eigentlich gerade sehr gut. Ich hatte jetzt zwei Kack-Situation... Nee, eine Kack-Situation. Das wird ein Gemetzel. Ich habe jetzt sehr viel gefightet einfach. Äh, ich hatte jetzt ein, zwei Kack-Situationen. Davor war ich so ahead. Jetzt langsam... Also, Zed ist ein Problem. Nasus sowieso. Der Rest... Den Rest mache ich weg. Und Zed kann ich auch theoretisch wegmachen. Ich muss jetzt einfach nur wieder mehr aufpassen, äh, wo die Gegner sind, bevor ich Sideland-Push. Ja, so wie ich die Elo einschätze, gehen gerade alle von den Gegnern top. Sehr wichtig. Ach, die Ult war noch nicht durch. Schade. Okay, aber war gut. Mein Team kann arbeiten. Nein. Ash macht Double-Kill. Ja, ich nehme deren absoluten Carry raus. Und Ash macht Double-Kill. Hm. An sich ist, glaube ich, mehr kann ich nicht machen. Bei der Situation. Ah. Cannon ist jetzt nicht so der beste Wave-Clearer. Geh einfach auf Gargas. Boah, der ist aber auch tanky, ne? Der in der? Ei, ei, ei. Der hat halt gar keinen Wave-Clear, ne? Was war das für ein... Okay. Ja, die haben auch immer noch Barren-Buff? Oder schon wieder? Nee. So, splitten, splitten, splitten. Hab jetzt Lord Dominix. Der, der Rakan ist gut am reinflamen. Wir haben halt auch gar keine Vision. Also, ihr seht's nicht. Aber wir haben wirklich gerade... Zwei Wards. Der will schon wieder. Wir sind doch wahrscheinlich am Drake, ja. Digga, der Ophelius ist ja so out of position. Please all home. Oh mein Gott. Ich mein, die investieren gerade sehr viel in ihn, ne? Aber... Okay. Ah, die sind alle nicht ganz tilt-proof. Oh, W ist raus? Ich muss Z beantworten. Oh, ich hab Sicherheitshalber-Ult gedrückt. Ich hab Sicherheitshalber-Ult gedrückt. Der hat mich fast gewoneshottet mit der Ult. Ne, wir fighten jetzt n... Ah, Rakan will rein. Rakan, du hast dein Flash wegen Tilt geused. Also, ich weiß nicht. Lass mich mal ein bisschen Rage hier aufbauen. At this point ist egal, auf wenig geht. Kann das... Kann das was? Geiler Engage von Rakan. Ohne Flash. Digga, tankt das Ding einfach. Einen in den Brauma. Auf Kampf, Ben? Auf Kampf, Ben. Immer die scheiß Nerven behalten. Always. Wie die Binde. Geil. Schön die Losing-Streak durchbrochen. Mit Kraft. Mit Wucht. Junge. Geile Nummer. Also, Cannon locker geblieben. Wirklich. Da alleine geschwitzt. Geil. So wichtig dieser Win. Wirklich. S-. Nice, Rü. Häz dev den stair Until actually. mm D Fab. Fürst du Dab da. Wirklich. Milwaukee. Teaser, który was wei dieses in2e par avaient bayERS ho части. Mit تم herein. Im хотите. Mother gemacht.